Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoshka Loves Egypt. Ich zeige euch Bauarbeiten am Haus und da machen wir die Mauer ums Haus herum. Ich habe euch ja erzählt, dass es zwischen Lukas Bruder und Lukas Streit gab wegen dem Haus und er ist dann auch voll ausgerastet und Lukas Bruder hat sich dann gar nicht mehr getraut zwei Tage lang anzurufen. Also hat er verstanden, dass Lukas wirklich ernst meint mit dem was er sagt und ich denke, dass jetzt soweit alles in Ordnung ist und dass soweit alles geklärt ist und er hat gesagt, dass er auch jetzt nichts mehr im Haus macht. Nur noch die Treppe draußen, die wir auch schon mit ihm besprochen haben, welche Fliesen da reinkommen. Da kommen ja Granitstufen rein und das macht er noch und im Haus, das machen dann Lukas Schwestern und die Möbel macht ja Lukas Schwager, das ist dann auch soweit geklärt. Kurs. Selbst heit und das ist dann gut. Ja, ich implementation. Ja, ich mache das. Abonnieren Sie. Habt ihr euch ja nicht. Ja, wir müssen alle fangen hier rum,ataue ich uns. Ja, ich mach. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das. Nein, wir müssen sachen. Okay ich mache das auf dem. Ja, wir müssen das für dich, alles auf dem. Das ist ein bisschen. Ich mache das. Ich mache das zu einfach. Ich mache diese Homme. Allahat da gehen kurz. Ich mache ich das Stanz aus. Die Spanbach. Das ist kein sachchen. though ich will was hier nicht sehen. Ich habe mir keine Angst auf der Flanze gezogen. Ich weiß nicht, dass ich die Brüder nicht ganz weiß, aber wenn ich etwas weiß, wenn ich andere entde pénins fühle, kann es nicht so vere. Ich habe ein paar Begriffe mit dem夏. Das ist der Flasen Schwiebel. Der Flasen, der Flasen aus der Flasen. Das haben wir zurück. Das ist das Flasen Schwiebel. Es ist der Flasen Schwiebel. Das ist gut, ich weiß. Wir holen здесь! Das ist eine große Herausforderung. Das Fundament für die Mauer ist schon gegossen. Jetzt wird schon das Holz weggemacht von der Mauer. Sieht jetzt noch nicht ganz trocken aus. Da wo die Eisenstangen sind, kommen Pfosten hin. Pfeiler. Dass es stabil ist für das Gitter. Die Mauer von oben. Was ist verboten? Was meinst du? Meinst du Pflanzen? Die Mauer ist verboten. Die Mauer hat gehalten, nach sechs Monaten keine Mauer machen, man kann keine Sache machen. Aber für diese Sache, jetzt möchten wir machen, die Sachen oben machen. Ich sehe diese Sache nach. Ach so, weil du es gemacht hast. Ja, da kommt einer vor das Haus und sagt, nein, nicht machen. Nach sechs Monaten machen die Mauer, warum? Alles die Mauer verboten, diese Sache vor die Stadt. Ja, nicht machen. Aber warum? Ah, Kranke geben, die Papier machen und dann nachher... Okay. Also das wird jetzt versteckt. Interessant. Hinten wurde das Stück von der Mauer abgerissen. Aber Luca, später darf man es fertig machen? Später darf man es dann fertig werden, in einem halben Jahr. Ja, ja, ja. Aber gestern, die Täschle hat gemacht, die Holz, und die hat gekommen, vor das Rathaus. Sagen, nein, in dieser Zeit nicht machen, Mauer. Ich sage, halbe Papier vor der Hecke. Aber sagen, nein, nicht machen. Das hier in der Stadt hat alles stoppt nach sechs Monaten. Ach so. Wegen was? Wegen Corona vielleicht? Wegen Corona vielleicht? Nein, 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 nicht vor Corona. Warum hat die... Diese Firma hat genommen, die Erde hat gemacht, viele Sachen falsch. Ja, okay. Also der Backel kommt da irgendwie rein, wenn man auf das Auto reinkommt. Zieht eng auf. Das ist ein guter. Ja, ich weiß nicht. Also der Backel kommt da irgendwie rein. Ja, ich weiß nicht. Aber hier ist es ein guter. Untertitelung des ZDF, 2020 Schafe und Ziegen, ah ein Esel ist auch dabei, zwei Esel, drei Esel kommen wieder, kommen die zu mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind noch welche hinter dem Haus. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe euch hat das Video gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch es gefallen hat, dann gerne einen Like da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren, bis zum nächsten Mal, Salam. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.